Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute mit einem sehr, sehr kurzen Video wahrscheinlich, denn es ist super, super, super einfach in Kotlin sich eigene Klassen von Fehlern zu bauen. Warum sollte man es trotzdem tun? Naja, weil man eben hier nicht dieses Gotta-Catch-Em-All-Exception machen sollte, sondern eben je nach Fehler, der auftritt, eine spezielle Fehlermeldung geben sollte. Zum Beispiel an den User, zum Beispiel als Feedback, was er tun soll, damit das jetzt auch wirklich läuft, weil Fehler, die im Programmcode auftreten und dann auch wirklich bis zum User vordringen, die sollten natürlich dann auch vom User gefixt werden können. Und der User kann mit einfach nur, hier ist was schief gegangen, einfach nichts anfangen. Und ja, deswegen kann es nützlich sein, wenn ihr für euch einfach wisst, was genau hier falsch gelaufen ist. Und das ist mit der Klasse Exception vielleicht nicht unbedingt getan, deswegen kann man sich eine Klasse, also dass man auch wirklich unterscheiden kann, sozusagen, damit ich hier entscheiden kann, geht vielleicht eine Exception raus, keine Ahnung, Network Exception oder geht vielleicht eine Integer Exception raus, die passiert, wenn ich durch Null teile, sowas in die Richtung eben. Und dann kann ich hier im aufrufenden Code einfach quasi mit verschiedenen Catch-Statements verschiedene Aktionen durchführen, einfach um diese Flexibilität zu haben. Hier nochmal innen drin ein If, wenn die Nachricht von E, hier ist something very much broken, dann macht das und das, das ist sehr umständlich, deswegen ist es einfacher, wenn man Klassen von Exceptions hat und ja, deutlich angenehmer ist es auch. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir machen eine Beispiel Exception, Beispiel Exception. Ähm, und ja, die nimmt eine Nachricht, denn diese Nachricht, die muss nicht einzigartig sein, okay? Die Nachricht kann ruhig wieder neu benutzt werden, ähm, und die kann bei jeder Beispiel Exception anders sein. Das heißt, ich kann einmal schreiben, hier ist something very much broken und dadurch noch ein paar mehr Informationen mitgeben und so weiter und so fort. Und das heißt, man hat nicht nur die Nachrichten im Normalfall, sondern eben auch den Typ der Exception, hier im Fall Beispiel Exception, ähm, als Aussagekraft, was da eigentlich schief gelaufen ist. So, und, ähm, das Ding erbt jetzt einfach von der Klasse Exception, das ist die, die wir hier unten benutzt haben, aber in unserem Fall erbt es davon nur. Und wir überliefern hier an Exception einfach unsere Nachricht, die wir hier in den Konstruktor mitgeben. So, und was wir jetzt hier throwen, ist einfach eine Beispiel Exception, die sagt, hier ist something very much broken. Und die geben wir natürlich hier aus und dann sehen wir hier unten, hier haben wir offensichtlich einen eigenen Typen. Also jetzt steht hier nicht mehr Java Punkt irgendwas Punkt Exception, sondern hier steht jetzt Beispiel Exception Doppelpunkt, hier ist something very much broken. Die 42 gehört dann nicht mehr dazu, das liegt einfach nur daran, dass ich hier, ähm, ich hier unten kein Print Lined habe, okay? Also so, wenn ich das so mache, dann sehen wir, dass die 42 dann nicht mehr dazu gehört. Ähm, genau, und so könnt ihr einfach neue Exceptions schreiben, wirklich sehr, sehr einfach. So definiert ihr euch einfach einen neuen Typen. Jetzt kann ich hier schreiben, ähm, Network Exception von mir aus. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch sagen, if 42 gleich gleich 42, sowas in der Art, dann throwen wir eine Network Exception, Network Exception mit der Nachricht, ups, Network Down, Fragezeichen. So, also klar, dass das hier nicht sinnvoll ist, aber das hier ist durchaus sinnvoll, denn so kann ich jetzt hier, Achtung, ähm, so kann ich jetzt hier nämlich einfach sagen, hey, ich fange nicht eine Exception ab, wenn ich mal Wrong Function aufrufe, sondern ich fange eine Beispiel Exception ab und ich fange eine normale, äh, eine Network Exception ab, eine Network Exception, und wenn die Network Exception da ist, dann sage ich, ich möchte gerne den User fragen, ob sein Netzwerk kaputt ist. Hey User, please check your Network Connection. So, und wenn ich eine Beispiel Exception werfe, dann sage ich einfach nur, ähm, no need to worry, also kein Problem, muss dir keine Sorgen machen. Nur ein Beispiel, just an example. Okay, und ja, jetzt führe ich diesen Code aus und dann kommt hier einfach direkt die Nachricht, hey User, please check your Internet Connection. Während wenn ich jetzt keine, äh, keine Network Exception, sondern eine Beispiel Exception, äh, werfe, dann sage ich hier eben, kein Problem, muss dir keine Sorgen machen. Und ich kann hier reinschreiben, was ich möchte, okay, das heißt, ich kann hier neues Fenster erzeugen, wo man zum Beispiel dann sich mit dem Netzwerk verbinden kann. Ich kann hier aber zum Beispiel auch einfach das Ganze ignorieren und den Code weiterlaufen lassen, wenn es nur eine Beispiel Exception ist, ja, indem ich einfach nichts mache. Das ist auch gültiger Code. Einfach nichts machen bei einer Beispiel Exception, weil das ist ja nicht schlimm, da läuft der Code einfach weiter. Während, ähm, bei einer Network Exception, da muss ich natürlich irgendwas machen. Und so kann ich mit Exceptions sinnvoll umgehen, ähm, und ja, ihr solltet das tatsächlich machen, für jede Art von Fehler, die bei euch fliegen kann, macht ihr einen eigenen Typ von Exception. Das ist auch wirklich kein Aufwand, ich meine, komm schon, das ist eine Klasse, die man hier in einer Zeile definiert, okay? Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020